hey und herzlich willkommen zu einem neuen video heute wieder mit meinem freund hallo und ich habe ganz viele neue trigger und ich würde sagen die probieren wir jetzt in diesem video einfach mal so ein bisschen aus ja lass gerne ein like da ein follow würde mich auf jeden fall sehr freuen und wir fangen direkt an nimm dir einfach was du möchtest ich habe einen neuen dino quetschball mal eine andere form ich glaube die dino-sauce waren auch dein lieblings trigger ja absolut ich habe ja leider meinen eigenen dino letztens geschrottet aber das hier ist jetzt mal ganz anders hast du aus dem wunsch anstatt zu enden sprechen zu quetschen ist jetzt das ein dino-kopf ein bisschen rein okay das ist gut Okay. Ich nehme mal einen anderen Trailer, und zwar diesen, ich glaube das soll ein Haas sein, oder? Ja, doch. Ich nehme mal starker. Da sind solche Styropor-Kügelchen drin. Ich finde das klingt auch immer richtig nice. Und da ist noch so eine, ich weiß nicht, ob man das erkennt, da ist noch so eine Kugel drin mit, ähm, keine Licht. Ich weiß nicht, wie das angegeht. Oh ja. Perfekt, richtig. Wie findest du die Sounds? Sehr, sehr gut. Ich finde, dass ich es auch so gut finde. So Styropor-Kügelchen sind dann auch so. Das ist, ja, ich weiß nicht, ich finde glaube ich auch viele Leute entspannt. Du kannst, äh, du darfst gerne den nächsten Trigger machen. Okay, ich habe direkt eine Melone. Riecht nicht nach Melonen. Nee, riecht nach Plastik. Schade. Ich mag jetzt auch Wassermelonen im Sommer. Richtig nice. Haben wir letztens auch wieder gegessen? Ja, bestimmt. Kann man jetzt halt auch super essen. Ja. Ist auch gesund. Ich finde es schmeckt gut. Oh nice. Und was passt natürlich am besten zu einer Melone? Wer könnte es jetzt gedacht? Tochsbrot. Ja. Ja. Ich habe einige neue Squishies auf jeden Fall. Riecht auch nicht nach Brot, oder? Nee. Ich habe tatsächlich so einen Squishy, so einen Kuchen-Squishy, der riecht wirklich irgendwie nach Kuchen. Und ich habe so einen Donut-Squishy, der riecht auch irgendwie so nach so Zuckerguss. Das ist irgendwie richtig seltsam. Ja, gut. Ist gut, dass du es erklärst, sonst... Ja. 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 Gut. Ja. 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 Du kannst es jetzt jetzt mal testen. Ja. 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 Verrwa. Sieht echt irgendwie verdammt echt aus. Oder? Da ist noch vorne rückseite, ja. Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, das riecht doch noch Brot. Ja, das riecht doch. Ja. Cool. Nache Mädels Scheidern, da? Okay, als nächstes habe ich hier was richtig cooles, also das wird, glaube ich, auch einer meiner neuen Lieblings-Trigger, weil ich mag so das Natur-Sounds richtig gerne. Das ist ein Taschenrechter. Ich glaube schon, ich bin mir nicht sicher, aber ja, müsste eigentlich, oder? Ah, okay. Man kann hier auf jeden Fall hinnehmen. Hier gibt es noch so ein USB-Ding, was man irgendwie anschließen kann scheinbar. Ach, ein Laptop. Wahrscheinlich. Und dann, ich esse, glaube ich, noch ein Batteriefach. Also ich weiß nicht genau, ob das wirklich Menschen nutzen. Oder, ja, weiß ich nicht. Okay, das war es, ist halt super gut. Es gibt ja so kleinere Laptops, die lediglich so Zahlen haben. Also nur eine Zahlenleiste, ansonsten nur die Schreibleiste quasi, denen das rechts fehlt. Ach, wo sieht man denn dann das Ergebnis? Ach, wahrscheinlich damit. Ja, auf dem PC, auf dem PC. Okay. Und warum ist hier, warum sind hier so bei der 3 PG DN und bei der 9 PG UB? Keine Ahnung, vielleicht ist es auch, also... Vielleicht weiß das jemand von euch, warum das da bei der 3 und der 9 steht. Eins ist and, sieben ist home. Das ist noch... Vielleicht ist es auch gar nicht als Tauschmachender gedacht. Stimmt. Sondern einfach als ganz normales, ja... Nur mal ein Leistung. Könnte natürlich auch sein. Und als letzten Trigger haben wir noch ein Buch. Und zwar das neueste Buch von Ferdinand von Schirach. Er ist sehr großer Fan. Fan-Fan-Poet. Ja. Aber Buch-Sounds gehen natürlich auch. Aber ich weiß gar nicht, ist das dieses Jahr erschienen? Ich glaube, das ist... Oder ob das ganz... Das ist im letzten Jahr sogar schon erschienen. Okay, richtig. Ja. Moment. Nee, tatsächlich dieses Jahr Februar 24. Okay, also brandaktuell quasi. Ja. Und wie gefällt es dir bislang? Bislang gefällt es mir gut. Ich finde alle seine Bücher ja sehr gut. Also sehr interessant. Das ist ein Theaterstück. Ja. Da steht hier... Ups, sorry. Steht hier auch drauf. Sie sagt, er sagt. Es ist ganz normal. Sind das ja so juristische Sachverhalte, aber dann übergreift und mit Moral und mit dem Sinn von allen. Also auch leicht philosophisch, gesellschaftskritisch. Also, ja. Sehr, sehr interessant. Und war sehr empfehlenswert. Ja, cool. O-Tapping auf jeden Fall ist am besten. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war es so langsam mit dem Video. Falls ihr mehr sehen möchtet, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Folgt dem Kanal. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin jetzt auch hier öfter live. Und, ähm, ja. Ansonsten schreibt mir gerne eure Videowünsche in die Kommentare. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.